Oh mein Gott! Oh Bro, als ob man so dumm ist! Anni! Nice one! Schau Leute, was geht! Willkommen zu diesem wunderbaren Video! Ich weiß, dass ihr das Video wahrscheinlich schon 200 Mal so gut auf meinem Kanal gesehen habt! Ihr seid so dumm und klickt das Traum! Deshalb! Schauen wir uns heute wieder mal ein paar Sachen von Twitch an! Und zwar mit einer der besten und erfolgreichsten, tollsten, deutschen Twitch-Freedom mit den schönsten Achseln auf ganz Twitch-Deutschland, Anni Sedak! Jo, ich freue mich wieder dabei sein zu können! Toll, dass wir jedes Mal das gleiche Video drehen! Es ist nicht das gleiche, es ist dasselbe, nur andere Themen! Wir schauen uns Sachen an und lachen darüber und versuchen das Ding unangenehm auf 10 Minuten zu strecken mit dem überlangen Intro! Solid! Schöne Achseln, wenn ich das so sagen darf! Nein, darfst du nicht! Können wir mit dem Video starten bitte! Das ist einfach immer unangenehm! Okay, alles klar! Dann schauen wir uns heute Twitch-Streamers getting trolled by Viewers an, meine Freunde! Ein paar Twitch-Streamer, die tatsächlich Probleme mit ihren Zuschauern hatten! Zuschauer, die im Chat eventuell Dinge gemacht haben, die nicht in Ordnung gewesen sind und so weiter! Also ich muss das nicht erklären, ihr seid nicht dumm! Wir fangen einfach an! Happy-Cup-Ferien, let's go! So, wir schauen wieder von... Top-Kick! Nice! Top-Kick! Hi, check that! Love you, EBC! Have a good day! Was jetzt eigentlich Lautsprecher werden? Damn! Das ist süß! Hat eine Dono von 5 Euro bekommen! EBC eats his burgers! EBC, did you eat your burger today? Ist das das Dono-Fenster gewesen? Dieses, dieses... Aber ist das, ist das einer von diesen, wo die in der Öffentlichkeit sind und dann auf laut alle Donations vorgelesen werden? Ja, ja, genau, genau, genau! Ja, aber das lehnt doch schon so sehr dazu ein, irgendeine Scheiße zu schreiben! Naja, gut! Letztendlich ist man da selber schuld! Hier, Greek-God, einer meiner favorite Streamers! You're actually a dumbass! Das komplette Profil von ihm ist von diesem Bild! What?! You're not good! Oh mein Gott, Junge! Alter! Ist das dumm! Was kommt jetzt? Surprise, motherfucker! Thank you for the sub! Welcome to the channel! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Oh mein Gott, hat das lange bei mir gedauert, Alter! Ach so, ja, das habe ich schon verstanden! Ja, ich nicht einfach, weil ich dumm bin wie Brot! Aber ich dachte nicht, dass das der Joke wäre! Das spricht auf jeden Fall für mein funktionierendes Gehirn nicht! Dieses Game sieht unglaublich langweilig aus! Komm mal hier ins Feedrun! Nice Donotext an der Stelle, sehr geil! Was ist das für ein Spiel? Ich weiß es nicht, aber es sieht extrem nice aus! Oh nein, der Arme! Der Arme, er schlägt ihn mit den Fäusten kaputt, weil er so schlecht ist! Oh nein, dieser arme Typ! Dieser arme Typ! Guck ihn dir an! Ach, der Viewer ist der, der so gut ist! Nein, 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 das ist der Streamer! Der Streamer wird gerade von seinem Viewer komplett auseinandergenommen! Oh, ist das peinlich! Ich stell dir mal vor, du spielst gegen deine Viewer und die nehmen dich so auseinander! Gut, dass ich keine guten Leute in meiner Community habe! Richtig! Ohohohoho! Nein! Nein! Was ist das denn? So, ich glaube Viewer von ihm haben ihm irgendein Video reingeschickt, worauf er reakten soll! Und dann kommt irgendein The Vactastic Voyage! Irgendein... Oh mein Gott! Aber so mitten in between! Bad Best Scenes Ever! Und er wollte einfach... Ah, ist das eines von diesen Donations, wo du so Videos anzeigen lassen kannst? Ja, ja, richtig! Oh mein Gott! Ey, das ist auch so eine Sache, das lädt so zu sche... Ja, Digga! Vor allen Dingen bist du ja derjenige, der dann die sche... fressen muss! Weißt du? Dein Kanal! Ist ja dann gebannt! Someone goes, how do I enter the giveaway? Right? This is when I was giving away 200 million! How do I enter the giveaway? And I said, you need to send me a postcard! And on the postcard you go to write a number! And if you send in the right number, you win the giveaway! Right? So, Mataroy L, by the way, he owns a printing company, He sends in... Like 300 f***ing postcards... 1000 f***ing postcards... Nur damit er diese sch***ing giveaway gewinnt! Digga, wie geisteskrank ist das bitte? Ha! Das ist ja geisteskrank, oder? Das ist ja mega lustig! Weil ich meine, du musst halt überlegen, wenn... Wenn das giveaway halt... Keine Ahnung... Guck mal! Oh mein Gott! Der hat ihm einfach 1000 Postkarten geschickt Und diese sch***ing giveaway zu gewinnen! Ich meine, der kann ja gar nicht verlieren mit der Wahrscheinlichkeit, oder? Wenn das giveaway ja 1000 Euro wert ist, dann kannst du halt hochrechnen! Wenn ich dir ein Paket schicke... In dem 4.000 Postkarten drin sind, ist das viel billiger als... Ja, aber ich meine, angenommen... Angenommen... Das das... Das giveaway war jetzt eine Maus... Äh... Das Video kenn ich! Echt jetzt? Oh nein, was ist das? Aha! Es geht darum, wie man schneller einschläft! Here we go! What the f***? Was ist das? Also es ist halt ein 10-Sekunden-Video, wo es darum geht, wie man schneller einschläft... Und dann kommen halt irgendwelche lauten Geräusche und... Ah, nice! Ganz oft so... Oh mein Gott! Okay, Greek-God-Video? Was? Oh mein Gott, nein, das können wir nicht sagen... Ach, was ist ein McDonalds? Oh mein Gott! No! No! No, no, no! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Was? Kannst du mir übersetzen? Keine Ahnung... Ja, je-baited, Alter. Oh, man! Oh, nein, 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 nein. Oh, Bro, als ob man so dumm ist. Anni, als ob man so dumm ist und einfach auf eine Porno-Seite on-stream geht, Digga, tut mir leid. Das macht man im Privaten, holy shit. Alter, auch der hat 10.000 Subs krank. Ja. Oh, wie billig, Alter. Was hat der gemacht? Alt F4. Der Chat hat ihn dazu bekommen, dass er Alt F4 drückt. Das ist doch so... Ey, das ist doch so mit der älteste Ton in der ganzen Welt. Wie kann man denn so hohl sein, Alter? So, jetzt nochmal hier, ganz kurz. Oh mein Gott, ey. Aber es ist lustig, wie er sich aufregt. Okay, Gamecube-Gorilla-Mean. Das ist von Doug 105 in der Chat. 8 Sekunden lang das Video. Das kann nicht sein. Kann nur 8 Sekunden sein. What the f***? Oh Mann, Alter. Das ist doch so unangenehm, wie du dann schnell reagieren musst und alles. Ich bin banning. Was machen die da? Ich weiß nicht. Machen die mit der Facecam von diesem armen Kerl? Ist das... Ah! Oh, der spielt einfach nur mit seiner Cam rum. Oh Mann, ist das... Ist das... Ist das die... Hä, ich verstehe es nicht. Er spielt einfach nur mit seiner Facecam irgendwie rum. Keine Ahnung, ich... Anis... Anis Reaction in a nutshell? Hä, ich verstehe es nicht. Was ist das für ein Gang? Ah, Marvels. Marvels on the stream, ja. Ja, ja. Dieses... Mar... Marm... 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 Wie heißt das? Marm... Murmeln? Murmeln! Verf*** mal Murmeln, Alter! Marmorkuchenspiel. Murmeln, Junge. What the f***? Sie hat es auch gemacht. So much of my skin was gone. It's horrible. How do you think carpet burns? It's like getting on the... I don't know my chin. My brother kicked me in the face with a sock on. Then I got rug burn on my face. Aua. Sock on. Die Nats. Boah, ist das unangenehm. Ist das... Ist das eine unangenehme Situation, oder? Guck mal, das sind die Leute, die niemals im Leben den Kronos bekommen, weil die einfach keine sozialen Kontakte haben. Das merkt man. Wir unter anderem übrigens auch. Das war irgendwie lustig, dass die beide letztendlich dran gedacht haben. Ich höre, das ist eigentlich genau dein Humor eigentlich, oder? Das fand ich schon lustig. Happy Birthday to you. Oh, das ist auch nicht real. Happy Birthday to you. Hey to Fudge, Aina. Was? Was? Happy Birthday. Die Person hieß Fudge und dann Aina oder sowas, wenn man das so auch spricht. Perfekt. Vagina. Warum auch nicht? Oh, nein. Trollen den Viewer von ihm. Nice one. Aber das ist ein lustiger Troll, das ist cool. IRL always gets me. Aber auch echt sehr wholesome, tatsächlich. Ja, schon lustig. Oh, this is 40 minutes long. Okay, let's just watch the short version. Nooo. Hier gibt's ne kurze Version, und du klickst da drauf, und dann ist es nur dieser Fudge. Man, das ist so stumm. Aber es ist so stumm. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist nice. Oh, take slow off? Um, yeah, I can take followers only off. What's the command for that? Anyone knows the command to take off followers only? Let me know. I don't know all my commands yet. Bro, bro, bro. Don't ask that. It's mellowed down quite a bit. Nein. Alt 4 F. I'll try it. Nein. Alt F4. Does anybody know how to disable that AFK camera that does nothing but float around in your shitty? Was ist der Switch B? Da ist es GTA. Yeah? GTA Rodepläts. Mach ich momentan auch. Alt F4. What? That didn't work. What the fuck happened? Alter, warum fällt man denn auf Alt F4 die ganze Zeit rein? Ha. Get in your beta, chat. I didn't actually do it. Excuse me. Ah, er hat es so getan. What's this crosshair thing, dude? Are you sure this is right? Okay, nice. Neues crosshair. Wenn man ausweiteren kann man sein eigenes Fadenkreuz einstellen. Aber ich weiß schon, wie es aussieht. Ich weiß schon, wie es aussieht. Safe ist es der komplette Bildschirm jetzt. Ich sag's dir. Ja. Guck dir das an. What the fuck is this, dude? Guck dir dieses Fadenkreuz an. Oh, mein Gott. Some dumb crosshair. What is this? What was this, dude? How do I get this out of my screen? Slash reset. God. Hands. Oh, here we go. Hans im Glück. Goal is heavy after a while, Hans. I'm reading. Was zum... Is somebody spinning that? Oh no. It's spinning itself. That's really fast. Da hängt auch safe jemand und dreht das die ganze Zeit. Oh no. Oh no. Oh nein. So ein kleines Kind. Oh no, süß. Oh, wie traurig, Alter. Da willst du was über deutsche Märchen lernen und dann so ein... Na ja. Da kann man sich natürlich auch gerne Julien Bam's Videos anschauen für. Anni, wurdest du unterhalten und hast du gelacht? Äh... Mehr sonst. Das war sehr lustig, Digga. Schön. Aber oftmals hast du doch nicht verstanden, was passiert. Ja, weil ich einfach kein Englisch kann. Das ist immer das Ding. Du sagst immer, dass englische Videos gucken und ich sage, ich kann kein Englisch. Wann machst du endlich diesen Scheißkurs an der Volkshochschule? Ich hab dir gesagt, die nehmen mich nicht. Ich hab's versucht. Warum nicht? Du hast doch einen Schulabschluss. Also, ah, gut, okay. Ja, es ist halt schwierige Sprache, was soll ich sagen. Aber manche Sachen fand ich lustig. Das letzte, weil es auf Deutsch war. Hans im Glück stand. Da hab ich verstanden. Hans im Glück war lustig, weil es ist halt Deutsch, ne? Ein deutsches Lustig. Ja, da stand halt Hans im Glück und das hab ich halt schon verstanden, ja. Dann war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei uns auf den Twitch-Kanälen vorbei. Wir werden nämlich jetzt in diesen schweren Zeiten gemeinsam sehr viel streamen wahrscheinlich. Also nicht gemeinsam, aber wir werden beides viel streamen. Vielleicht streamen wir ja noch mal gemeinsam. Mach schon. Ja, können wir auch mal machen. Aber okay, hey. Aber mal gucken. Ja, mal gucken. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch langweilt zu Hause, wenn ihr rausgehen könnt. Richtig, genau. Und eure Hausaufgaben machen, die die Schule euch gegeben hat. Und dann an der Stelle auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.